Die Blume des Lebens ist ein universelles Symbol, was auf der ganzen Welt gefunden werden kann. In der Blume des Lebens bildet sich der Bauplan des Universums ab, der in der Sprache der Geometrie geschrieben ist. Die Geometrie ist sozusagen die Buchstaben, die Formen, die Strukturen, aus denen die Natur schöpft. Und dieses Wissen der ganzen geometrischen Grundstrukturen in einem Symbol zusammengefasst, das ist die Blume des Lebens. Das ist der Wissensteil. Man kann aber auch sehen, dass die Blume des Lebens etwas mit mir zu tun hat. Sie beschreibt, wie ein Mensch im Innersten aufgebaut ist. Sie beschreibt, wie die Natur aufgebaut ist. Und sie beschreibt oder zeigt sehr deutlich, dass der Mensch nicht getrennt ist von der Natur, sondern dass er ein Teil davon ist. Und dass beides in einem großen Organismus eingewoben ist, Mensch und Natur, und mich wieder zurückruft oder den Menschen wieder zurückruft, eins zu werden, sich wieder der Wurzeln zu erinnern und mit der Natur und der Erde, den Planeten zu verbinden. Wenn man etwas mehr über die Blume des Lebens wissen will, als bloß zu wissen, dass es ein Schmucksymbol ist oder dass ich mein Wasserglas draufstellen kann, dann ist das Buch eigentlich ein guter Einstieg. Es ist nicht kompliziert geschrieben, es ist eine leichte Einführung in die Geometrie, es ist reich gebildert und es erklärt Schritt für Schritt, so wie auf der DVD auch im Vortrag, den Zusammenhang der geometrischen Formen, die etwas mit den Menschen zu tun haben, mit den Pflanzen, mit den Tieren und die nach und nach zu dem Wissen der Blume des Lebens führen. Und das ist das, was in dem Buch dargestellt ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020